So, jetzt mach. So, mal gucken, was die kleinen Ficker machen. Guten Morgen, meine Schüler! Guten Morgen, Frau Rivi! Ja, meine lieben Schüler, willkommen beim ersten Seminar, um meinen Sonderschulabschluss nachzumachen. Lass die Kiste bitte zu! Ich hab dir was mitgebracht. Was ist das? Ein Spuckball. Auch noch immer. Dankeschön, hier. So, ihr wisst, warum ihr hier seid. Ihr habt die Sonderschule nicht geschafft und der Staat hat euch dazu abkommandiert, einen Abschluss nachzumachen. Das wisst ihr, dass ihr der untere Rest seid, ja? Wisst ihr das? Ja, Frau Rivi! Cool, ich würde sagen, du, Kaktusjunge, komm nach vorne. Ich bin kein... Das ist eine Krankheit. Hören Sie auf, sich darüber lustig zu machen. Übertreibt er. Komm hierhin. So, und du singst uns jetzt bitte etwas Lustiges. Sing uns das ABC-Lied. A, B, C... Ich schäme mich so sehr. Nein, okay, okay. Ich hab gerade selbst das Bewusstsein bekommen. C, D, Z, X, Y, A... Ist das richtig? Petrit, das war falsch. Das ist ja wie im Stripclub, da stehen die Nutten auch auf dem Tisch. Ja! Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Er. Er was. Er. Aha. Tut mir leid. Du komm jetzt mit. Komm jetzt hier hinten hin. Ja, okay. Du sitzt jetzt hier in der Ecke. Okay. Mit dem Gesicht zur Hand, los. Haha, du bist ein Loser. Ne, Manuel, wir sind die Gewinner. Hören Sie auf, mich zu schlagen, Herr Lehrer. Du, setz dich jetzt hier hin. Wir werden jetzt ein bisschen unterteilen hier. Warum? Mädchen, Mädchen, Junge, ich will jetzt wie Manuel das Mädchen. Nein, du gehst da vorne hin. Ja, okay. Ja, ja. Manuel? Ja? Hast du Hunger? Ja? Sollen wir was essen gehen? Ja? Die anderen bleiben mit... Was macht der da hinten? Ja, wo bist du, Mann? Hören Sie... Nein! Masturbiert der so... Masturbiert einfach so in seinem Klassenraum. Mein Name ist nicht Malte, ich bin Hermann. Achso, komm, Hermann, hör auf. Ich wichs mir jetzt einen unter dem Tisch, Alter. Ohne Witz. Petrit! Ja. Wenn ich wiederkomme, ist das Klassenzimmer aufgeräumt. Ist doch schon aufgeräumt, du Feige. Ja, dann guck, dass es genau so bleibt. Okay. So. Die anderen bleiben bleiben mit mir. Komm, komm. Direkt, direkt Malte und ich. So, stell dich mal hier an. So. So, einmal anstellen. Was möchtest du denn essen? Was gibt es dann? Es gibt Brot und Kürbiskuchen. Das mal blockieren. Kürbiskuchen! Warte, ich muss den noch kochen. Ich muss den noch kochen. Ich muss den noch kochen. Mach einiges. Guck mal, der hüpft. Ah, okay. Das ist ein Onzerno-Wüttuchen. Ich mach einen 30-Inch-Kog. Hier. Komm, wir bringen den anderen auch was mit und dann gehen wir zurück in die Klasse. Ach, voll scheinbar nicht. Warte. Kein Problem, wir wissen alle, dass du behindert bist. Warte. Ja, Lehrer! Das ist ein 30-Inch-Kog, Mann. Der Petrin. Der Petrin hat was ganz Schlimmes. Nein, das war Malte, der hat mich dazu gebracht. Er wollte, er wollte meiner Mutter sagen, er sagte, er hat mich zu schlafen. Das war meine Mutter, meine Mutter wollte das sagen. Er muss meine Mutter ficken. Kinder, habt ihr Lust auf Sportunterricht? Ja! Ohne Petrit? Nein, ich möchte ihn in den Schuss nehmen, er hat sich nicht vorbereiten können, weil ich deine Mutter... Hör, hör nicht auf. Okay. Heute möchte ich über Gras reden. Petrin hat doch mal die Fresse, Junge. Mann, Petrin. Darf ich mal drücken, die PowerPoint-Präsentation? Nein, er macht das jetzt. Hier ist dein Rahmen, so. Ja. Bitteschön. Heute reden wir über Gras. Und lass zum Smokern... Nein, das war's auf deinem Rahmen. Petrit, hör bitte. Petrit, geh hinten in die Ecke. Mach doch. Petrit, hinten in die Ecke. Ich sag dir, wann du wieder reden darfst. Hier hin. Warte. Okay, ich gehe jetzt so. Und wird von vielen Nebewesen als Grundnahrungsmittel verwendet. Wie zum Beispiel von Petrits Mutter. Wie ist denn mit deiner Fete-Kuh? So. Petrits! Du ADS-gestörte Scheißkind! Wie man jetzt hier sieht, ist dort ein Kackhaufen von einer Kuh drin. Könnt ihr alle mal dran riechen? Oh ja! Ich bin ja auch mein! Oh, ich bin tot. Schmeckt der Kürbiskuchen nicht? Oh, das war letztens wie mit meiner Mama, als sie mir eine Flasche Wodka gegeben hat. So Kinder, jetzt gehen wir aber spontan. Okay, super, endlich. Hey, in die Sportkabine, los geht's! Wer möchte mit mir duschen? Oh, hier ist ein Computer. Wollen wir Info machen? Ja! Informatik. Oh, meine Tür ist aufgegangen, ich hab Angst. Dann programmiert mal was. Oh, ich werde jetzt Deutschland mit meinen Hack-Kentnissen angreifen. Jo, ruhig ein Computer. Wie können wir das schon anmachen? Oh, ich hab den Desktop kaputt gemacht. Oh, Petret, nein, das hat keinen Sinn mit euch. Ihr seid viel zu kümmern. Kommt, komm! Ich hab eine Seite erstellt, die heißt Brad! Böse! Ich wusste es! Manu! Was ist das? Oh, jo! Oh, nein! Mann, du blöder! Du blöder, oh, ich wollte einen Account anlesen! Malte! Okay. Malte! Ich will ja nur klettern. Das ist ein super aktiver Wengel, komm zurück! Guck mal! Okay, ich komm, aber nicht schnell! Verriss die super aktive Kinn deiner Sporthalle! Jo! Komm! Ihr nehmt euch jetzt zwei von euch, Petret, gib den Ball zurück! Nein, nicht meinen Ball! Ihr habt die mir vollkommen... Petret! ...von meinen Grundtragen geklaut! Okay, hier, nimm! So, jetzt nehmt euch jeder von euch, komm aus dem scheiß Korb raus! Manuel! Manuel, hast du die Schuhe schon? Was für Schuhe? Komm runter, da sind Schuhe, dann nimm die Schuhe! Was für Schuhe! Wo? Oben im Basketballkorb! Stell mal vor, im Unterricht ist wie immer die ganze Zeit auf einem Basketball! Nein, ihr seid ja alle verhindert! Oh! 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 Petret! Oh! Petret, pass auf, Petret! Petret, komm mit! Petret, komm! In Unterricht sitzt der da und trinkt Tee, Alter! Petret! Smuck, der blöde Sack! So, und ihr beide... Ha! 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 Hermann! Nein! Aua! Nein! Lass mich raus, bitte! Der kommt da raus, der ist verrückt! Oh Gott, schweiß los, Lehrer! Oh mein Gott! Nein! Ich hab die Schule angezündet, Kinder! Ha! Aua! Ha! Nein! Kommt! Nein! Und jetzt gehen wir alle zusammen duschen! Ja! 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 Ich hab mein Shampoo vergessen! La la la! Hör auf euch zu! Okay, und jetzt kniet ihr euch alle rückwärts an die Wand! Ich möchte ein bisschen... Nein! Alle rückwärts an die Wand! Petret! Ich möchte ein bisschen Shampoo haben! Du bist zuerst dran, Petret! Was muss ich denn machen? Oh ja! Oh ja! Ich erzähle das alles meinen Eltern! Ich werde erzählen! Ich werde erzählen! Nein! Ich werde... Oh! Das ist ekelhaft! Das ist so... Warte! Ja! Dreh dich um! Okay! Oh! Oh ja! Aua! Der komische Kaktuswitsch! Hör auf mich zu überzeichnen! Nur weil ich eine Krankheit habe! Warte! Hör auf! Ich hasse dich! Du willst doch gehen! Ich erzähle jetzt meine Mutter! Die würde dich schlagen! Wir gehen jetzt! Kommt mit! Wir spielen jetzt! Wir machen jetzt Sport! Kommt mit ihr Faggals! Los! Yay! Sport! Welcher Spacko hat die Schule angezündet? Das waren Sie, Herr Revi! Herr Revi! Tch! Das waren Sie, Herr Revi! BLP! So! Einer von euch geht jetzt hier in den Boxring! Und einer auch! Und einer nicht! Hä? Ich geh nicht in den Boxring! Ich geh nicht in den Boxring! Ich auch nicht! Halt! Nein! Nein! Juuu! Lauf! Nein! Aua! Ich pacche auf dem Unterricht! Du blöde Faggals! Komm zurück! Das fällt sowas von hart nicht, Manuel! Du bist die größte Sonderschulmissgestaltung, die es auf dem ganzen Planeten gibt! Juuu! Du hast die drei Samen vergessen! Nein! Doch! Nein! Doch! Stopp! Stopp! Okay, hier! Was ist richtig so? Okay! So! Die Sonderschüler, wir nehmen jetzt die Macht! Juhu! Ja! Endlich! Es tut mir leid, Mann, dass ich eine Mutter beleidigt habe! Hm! Wer von euch wollte Busfahrer werden? Ich! Ich! Ihr wollt alle drei Busfahrer werden? Ja! Ich werd Kanalratte! Lalalala! Aber ich will den Orangen im Bus fahren! Ich werd Kanalratte! Ich werd Kanalratte! Ich werd Kanalratte! Ich werd Kanalratte! Okay! Ich werd Kanalratte! Lalalalalala! So Leute! Das war's mit T-Tats! 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 Von der Rüdli-Schule! Aus Berlin, wassus! Degasiv! Ich, Dings! Bester Lehrer am Staat, wassus! Sozialpädagoge! Ulrich von Wicker, Dings! Lustig, es läuft, meine Freunde! Ja! Ich bin schwarz! Tschüss! Tschüss Leute! Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Cops und Gaylords haben wollt, oder T-Tats! Schreibt dich auf! Ja! Vielleicht gibt's ja noch was anderes, was wir noch gar nicht gesehen haben! Ja, ja! Irgendwie sowas wie... Irgendwie Flucht aus... ...Askaban oder so! Keine Ahnung! Flucht aus Aska! Oder Flucht aus Albanien! Flucht aus Albanien! Flucht aus Albanien! Wir spielen, Alter! Bevor das Video aufhört! Jetzt jeder aufregt euch, baut so ne ähnliche Map für uns! Baut einfach mal so eine! Ist so! Ist so! Baut so ne Map für uns! Aber wo so ein Petret-Raum ist! Videoantwort... Videoantwort posten und dann suchen wir uns einfach ne... Ja! Unter dieses Video einfach ne Videoantwort posten! Aber nur wenn ihr so ne Mod gebaut habt! Und dann... Pam Pam! Also bei meinen albanischen Abonnenten, wenn ihr irgendwas davon Ahnung habt! Macht das mal! Ihr könnt ja mal so, äh... So albanische... Äh... Welt machen! Gut, Leute! Haut da rein! Aber warte! Warte! Als kleiner Denkanschluss! Macht folgendes! Einer ist der Zuhälter und die anderen sind die Nutten, die müssen aus dem Bordell ausbrechen! Das ist gut! Baut uns ne Puff Map! Jawoll! Okay, Leute! Haut da rein! Auf ihr seht! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.